Oh ja, das wird ja doppelt nur genommen, mehr oder minder, gell? Stack. Das soll jetzt mal reichen. Zack, zack. Zack. Voll gut. Das Schäufelchen. So, jetzt muss ich mal überlegen. Mal ganz kurz, warte mal. Ich muss mal kurz überlegen. Das kann ab. Das kann auch ab. Ich fange erst mal... Warte mal. Wenn ich das wegmache, die Tür bleibt. Wenn ich das wegmache, die Tür bleibt. Dann mache ich hier eins nach dem anderen. So, pass auf. Jetzt muss ich erst mal wieder gucken. Ach Quatsch. Ich will immer hier unten das wegnehmen. Dabei bledet es doch nicht hier ein. Bin auch völlig durch den Wind. So, hier. Das Fleisch. Das geht da her. So, ich muss eh rein. So, zack, zack. So, der Dreck kommt mal weg. Den packen wir da rein. So, die Steine. Das ist hier Bruchstein. Nehme ich mal den Stick mit. Wie war denn das? Muss ich die im Ofen... Kann ich die im Ofen hübsch machen? Was ist das? Das wäre eine Treppe. Ich glaube, die waren im Ofen, ne? Dass ich die irgendwie... ...zurecht machen kann? Dass es ein hübscherer Stein wird? Oder habe ich eine Schleifmaschine? Ein Stein? So, ihr Lieben. Ich werde mal weiter mein Hörbuch hören. Viel Erfolg, Kasperlp. Und viel Spaß für den restlichen Abend. Viel Liebe an euch. Ja, an dich ja auch. Schönen Abend noch. Viel Spaß beim Hörbuch. Sehr cool. Ja. Ah, das Blattwerk kann man auch als Block ernten nehmen. Okay. Brauche ich eine Schere. Okay. Okay. Aber ich habe da oben noch was übersehen. Du kannst direkt die Baumstärme rauskloppen. Das Blattwerk... Respawn später. Sicher? Das wäre ja doof. Das wäre ja Quatsch. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Aber seht euch, ich brauche mehr Holz. Oder ich brauche Kohle. Was soll hier respawnen? Ich glaube nicht. Das wäre ja... Das würde ja gar keinen Sinn machen. Aber ich brauche mehr Holz. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf Holz. Aber da habt ihr recht, ja. Kohle ist effizienter. Ja. Ja. Glaube ich sofort. Glaube ich euch sofort. Ja. Das ist ein etwas größerer Baum. So. Wird schon wieder Nacht, gell? Oh, der Nachttagzyklus ist hier echt krass. Jetzt tauchen die Schafe auf, weißt du? Jetzt, wo ich das Bett machen kann, tauchen die hier auf. So, warte mal. Äh. Genau. Hier wollte ich einen reinzimmern. Dann tausche ich die Schaufel. Den aus. Hier so ein Steinrahmen drum. Das ist uns für das zu holzlastig. So. Da habe ich eine Fackel. So, jetzt nochmal hier geschwindet ein bisschen. Die Hälfte. So, dann kann das da ein bisschen arbeiten. Apfel in Apfel. Und die Setzlinge alle. Tipp, tipp, tipp. Dann kann man die auch noch irgendwo anders unterbringen. Vielleicht da oben so eine Baumplantage. Hier ist das ganze Ecke wegtragen. Weil das Häuschen steht ja ganz oben. Und dann geht der Weg hier runter, habe ich mir überlegt. Da, wo das Schaf gerade rumhüppt. Und mit einem richtig schönen Weg hier einmal her. Dann muss man schon mal anfangen. Das, das wird jetzt erstmal ein bisschen Zeit kosten. Das wird auch nicht heute passieren. Ja, nicht respawn, despawn. Meint das, ach so, das Blattwerk, das despawn dann von allein, oder wie? So, zack, gehen wir da rein. Einfach zum Baumstumpf durchschlagen. Das Holz rauskloppen. Und den Rest erledigt die Zeit. Die lassen dann auch teilweise Samen fallen. Das haben wir ja gerade gesehen, dass die was fallen lassen haben. Okay. So, jetzt ist es ja dunkel, ne? Meinst du, ich kann mich mal schlafen legen? Oh, was ist das? Wieder Einstiegspunkt gesetzt. Alles klar. Voll geil. Wir haben aber ein bisschen Hunger. Das Schweinefleisch ist super. Allem nicht. Das ist wirklich super. Brauche ich nichts abändern? Das ist irgendwie gleich. Aber ich würde gerne... Da eine Lampe, da eine Lampe. Mittig wäre halt cool, ne? Geht leider nicht. Ja, mei. Dann ist das so. So, dann mal euch hierher. Du wanderst da hin. Und einmal die Schaufel, bitte. Warte, machen wir mal anders. Das ist näher dran. So, ja. Dann wird es quasi einmal austauscht. Obwohl, da könnte ich nochmal Stein machen, oder? Lassen wir es mal so. Pass auf. Zack, zack. So. Hier lassen wir so ein Kuckeli-Kuck. Aber das könnte man ja auch theoretisch hier machen. So. Schäufelchen. So. So. Na? Na? da kann man ein fenster machen siehst du können noch ein bisschen in den meisten spielen ist es sand gewesen ja die holz war doch setzen das ist gut da kann man eine terrasse bauen schon richtig gut aus gefällt mir richtig gut für glas musst du sand schmelzen wenn du fenster basteln willst skelette haben in der regel einen bogen und können dich dann durch das loch in der wand treffen okay also muss das zu okay super dankeschön krieg mal hin so wenigstens die decke schön hoch also fühlt man sich immer so beengt das könnte man doch jetzt theoretisch ich lasse mal auch ein fenster so ein 3er fenster das ist eigentlich ganz nett hier das eck rund um leuchten aber ist ja noch hell da vorne ist sand dann können wir uns ja noch sand holen und zu mir bleibt bei mir gehen nicht weg hey warte 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 da hinten geht der da her zack 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 jo wird man hier quasi noch so einen weg machen aber da sind leider keine fische das können wir aber da drüben machen so dann schauen wir nochmal geschwind nach dem ofen und da haben wir jetzt noch da haben wir jetzt 15 steine die kommen jetzt erstmal raus einmal rein einmal durch warte mal vier zwei fenster 2 mal zwei und einmal drei sind ja dann einmal wenn fenster oder glasblöcke drin sind ist das kein stress aber wenn du das offen lässt dann hast du schnell mal ein pfeil im kopf stecken schön also sieben fenster brauche ich insgesamt das läuft durch da kann ich ja hier schon mal zu machen so sind so noch eine sehr schön sieben warte, ziehst du doch gleich runter sehr gut weiß ich nicht, ob das mir mit dem Stein doch noch nicht so gefällt oder doch so gefällt ich kann es nicht sagen vielleicht mag ich da auch Holz draus so, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen ein bisschen Luft so, da haben wir noch 25 Holzblöcke da haben wir Kies jetzt ziehen wir das mal weg so zack oder Glas wer im Glashaus sitzt sollte im Keller hä wir sind doch nicht im Keller ich steh gerade auf dem Schlauch und da hat das eine Eisung das ist ich weiß, er hat sich und ich weiß nicht aber ich weiß, wir sind es ist es ist wenn wir